Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir hingen gerade im Gefängnis der Hortens, wo Morse etwas Folter über sich ergehen lassen musste. Und jetzt hat er uns irgendein Häftling angequatscht, um mal schauen, was er weiter zu sagen hat. Sie seien entscheidend, dass Sie sprechen. Als ob Sie interessierte Dinge zu erzählen haben, Sie sollten Sie aufhören. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören, um Jane zu bleiben. Ich würde sagen, er ist aufhören, aber er sieht nicht gut aus. Du hörst mich, Ratfucker? Ich hoffe, das Schmerz hat Ihnen etwas zu denken. Lord Arlton will Antworten. Also, sag mir, mein Mann, wir wissen, dass es Aron, die Sie senden. Die Frage ist, warum? Er weiß von unserer Bräderheit? What do you mean? Wenn Sie eine gute Antworten haben, gib mir gute Fragen. Don't play the fool with me, mein son. Did die King's Hand know, was Lord Arlton und die anderen Liedern der Bräderheit war planen? Ich glaube, er weiß nicht, was Lord Arlton und die anderen Liedern der Bräderheit war. Hmm. Ihr Freunde? Du solltest ein bisschen relaxen. Wir wissen schon, dass Jon Aron zu anderen, um die Mädchen zu beschützen. Wir wissen, dass der Leiter der Mutter Hen ist. Geh auf! Stoppen zu versuchen, den Willen zu bleiben. Was hältst du dir zurück? Du solltest du die Freunde beschädigen? Du solltest ein bisschen relaxen. Both sind tot. Wir wissen, was du wissen, wird dir keine Schuld. Ich werde dir eine letzte Mal fragen. Was hat Jon Aron wissen, über unsere Bräderheit? Er wusste, dass du etwas überrascht hast. Er wusste, dass du die Mädchen möchtest. Er wusste, dass du die Mädchen möchtest. Er wusste, dass du die Mädchen möchtest. Er wusste, dass du dich in der Hand hast. Das ist der Grund, dass sie mich senden. Ich bin der Bait. Und wer sind sie? Er wusste wirklich, dass Aron der einzige, der dich interessiert hat? Er ist tot. Er ist tot, aber andere weitergehen. Ich muss mit Lord Halton sprechen. Guts! Geh auf ihn! Er muss sich verabschieden, für uns nicht zu sagen. Am ich mögliche zu tun, bitte? Er ist sicher, dass er eine sehr schlechte Nacht hat. So er hat eine Veränderung. Aber nicht ihn zu viel. Entstanden? Das kriegt er so wieder. Ja. Ich hoffe, für deine Sache, dass sie sich verabschieden. Ich muss einen Weg finden, um mich zu verabschieden. Du hast keine Chance, von dir zu gehen. Aber wenn ich hier rauskomme, dann könnte ich dich entdecken. Ich werde mich zu verabschieden, während ihre Aufmerksamkeit ist auf dich. Es ist unsere einzige Chance. Ich habe... eine letzte Karte zu spielen. Okay. Okay. Ich werde mich zurück. Ich werde zurück. Du weißt, was, Crow? Lord Arlton will dich selbst fragen. Wenn ich dich wäre, dann wäre ich sicher, was ich zu sagen, von jetzt an. Ich habe die perfekte Antwort für ihn. Ich habe die perfekte Antwort für ihn. Scheiße. Scheiße. Ich hoffe, dass du auf jeden Fall mehr unter deinen Bränden hast, als die Vierginden, die mir vor den letzten zwei Tagen waren. Harris? Guts? Show our Guests den Preis des Disrespectes. Guts? Find the rustiest blade you can. Tear his skin apart. No mercy. Make him think twice about being rude. So, my dear Westford, how are you enjoying our hospitality? Well, your pets need some more training. But on the whole, it will do. And steal this insolence. Unfortunately, I cannot stay and play the fool with you for much longer. The sun will soon be rising, and more important matters require my attention. I will return before nightfall. What about him? What do we do with him? You shall have time to play with this rat later. Right now, I need you elsewhere. And when you see him again, give him death. And make sure he dies screaming. I want his head on my table by the time I return. And then, I need to go to the house. And then, tell me, that dog next door... He's not dead, is he? I don't know. Not the way that we have. We can't have him rotting out here. We could get the pox. After your watch, go and make sure that's not a problem. If it is, get rid of it. 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 yeah. Spür fortsetzen. Ach so. Ah, der Geruch. Den kann ich jetzt nicht die Kehle durchbeißen, da sie zu zweit sind. Oh, ich will den, äh, Foltermeister mit dem Hund töten. Der ist so ein leichtes Ziel. So. Halt die Schnauze und stirb. Na komm. Es war schön, dass ich das nicht ver- Was ist all dieser Geruch? Was ist all dieser Geruch? stuck her an. Und jetzt. Ich fühle mich an die Zeig. Ich kenne deine Zothis. Ich lebe die Schnauze und schnade. Ich will das nicht tun. Ich werde das Schnauze und schnade. Ich werde mich an die Zeig. Ich werde die Schnauze und schnade. Das ist dein Geruch! ja komm ich hab's jetzt nicht übelst verkackt kann ich auch noch her ich hab morse geruch verloren scheinbar scheiße da war ich etwas zu unvorsichtig wo bin ich denn jetzt schon wieder irgendwie hier bin ich ja hergekommen hier gehe ich ja wieder zurück hier 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 entlang hier 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 können schon wieder diese dreckskerle was nein ging der hund gerade hin ja genau er kann mich durch die fässer hindurch kicken willst ja wohl verarscht jetzt stehen aber mal drei kriegt zu viel der ist ja alleine komm sie schneller reagieren so tötete nämlich ach das sind zwei deswegen genau ich bin so ultra schlecht denn so schleich spielen das sind zwei deswegen kriege ich die nicht such mal hier außen rum verdammt hierher zwischen wieder komplett am ausgangspunkt die kann ich nicht töten wo zur hölle soll ich denn hin nichts was sich zu interessieren hat ich hasse diese stellen mit dem hund ich so was spielen wollte hätte ich mir assassin's creed geholt gibt es irgendwo noch einen durchgang krieg ich denen umgenietet ja sobald ich da in den weg laufe bin ich kann ich irgendwie bellen oder so kann ich irgendwie sollte ich jennas grub nehmen vielleicht brauche ich gar nicht mehr wohin fühlt mich denn jennas grub ja genau als wenn ich die getötet komme was soll denn der kack hier hey what the hell was that Warte, kann ich von hier aus den einen töten, wenn ich schnell bin? Ja, das geht, wir kommen bei, ja man, schneller, schneller, nicht lange fackeln hier rein. Aber ich frage, die große Preisfrage ist ja, was bringt mir jetzt das, dass der Tote ist? Immer wieder Morsgeruch, vertrauter, beruhigender Geruch, der Geruch einer verängstigten Frau. Jetzt kommen die gerade wieder. Schlagen die bestimmt irgendwie Alarm, weil der Typ tot ist. Oder interessieren sie sich nicht dafür? Tatsächlich, sie interessiert das gar nicht, dass der tot ist. Haha, geil. Ja, jetzt habe ich immer noch das Problem, dass der mich hier hinführt, der Geruch. Hier aber gar nichts machen kann. Check mich mal hier. Das hat letztes Mal auch nicht geklappt, aber egal. Was ist den Gang da runter? Also laut. Der sieht mich jetzt schon wieder, der bringt mich ja jetzt um. Oder? Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Dann kann ich einen im Rücken... Ne, ich versuche das erst gar nicht. Ich versuche erst gar nicht einen, um zu... Ich bring mich eh schneller um, wie ich die... Du wirst mich ja wohl verarschen. Geh weg! Ich speichere mal forseshalber. Dann versuche ich wirklich mal... ...einen zu töten. Na komm, schade. Ja, aber ich glaube, da habe ich vielleicht zu lange gezögert. Ich versuche es nochmal. Und dann... ...und... 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 ...nein... 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 ...ich... ...wird doch gar nicht sterben. Die kriege ich nicht getötet. Wie kriege ich die denn jetzt schon wieder da weg? Das ist ja wirklich wie bei Kommandos gerade hier. Oh, Alter. Wo soll ich denn hier her? Boah, nerven die. Ich komme doch gerade echt nirgendswo weiter. Ach, meine Güte, ey. Wo soll ich denn hier her? Ja, genau. Haltet doch mal alle die Schnauze, ey. Was soll ich denn machen? Seid ja drollig hier. Richtige Witzbäude. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann ich an den Hebel ziehen? Nein. Ne, überhaupt was mit dem blöden Hund. Wie komme ich da rein? Hier ist kein Loch in der Wand. Da verarschen. Was ist mit James-Groo? Lass mich doch einmal nochmal erwischen. So. Dann bin ich hier in eine andere Ausgangsposition. Muss ich zurück... Ach, halt doch die... Den Schnabel. Aber James-Groo bringt mich ja wieder... Was war das? Ah, ist das ätzend. Komm, geh da durch. Das ist doch... Ist doch nicht wahr. Wo soll ich hier denn hin? Was soll ich hier denn machen? Kann doch überhaupt nichts machen hier. Aber diese Scheißstelle, ey. Und kann doch gar nichts. Und kann doch nur nochmals irgendwie eben mal... Irgendwie einen Schalter springen und den auslösen. Oh, halt doch die Klappe, ey. Gehen die mir alle auf die Nerven, ey. Diese Dreckspinner. Da... Warte, bin ich jetzt? Okay. Ich sag nichts, ich sag nichts. Ich hätte besser gucken müssen. Was sitzt denn da im Knast? Keine Ahnung, aber ich töte mal den hier. Na, komm. Hier, nimm das. Nein! Wo kam der denn jetzt her? Aber die Wache ist tot. Wäre voll schlecht eigentlich. Oh Mist. Da habe ich mich gut genau aufgepasst. Druck mal auf Stopp. Mach mal jetzt... Noch mal ein bisschen Überlänge. So lange, bis ich hier... ...erreicht habe. Na? Wacht der irgendwann ab? Was ist passiert hier? Ja. Huh. Das war knapp los. Krieg tun die mal endlich wieder was zu essen. Ob die... Auf die einfachen Wache habe ich es ja eigentlich nicht abgesehen. Ey du. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann man nicht. Ich würde gerne helfen. Das Spiel sieht es nicht vor, dass ich dir helfe. Du bist wirklich ein bisschen Sch***. Ich habe nicht mit... ...verlust, bevor ich... ...komm. Ach da ist Mors. Ja. Zack. Wir... Wir rotten einfach die... ...haut uns mit Hunden aus. Ja, was macht er denn? Ach so, er schnappt sich die Schlüssel. Vom Kopf. Sehr sinnvoll. Ich werde es nicht so, dass dieser Wettbewerb nicht erinnern ist. Pass mir die Brand. Alles klar, Crow. Mal sehen, ob du uns nur ein Eingang schausten kannst. Was? Und jetzt ist Alice da dran, aber erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder als Let's Play Game of Thrones das Rollenspiel. Bis dahin, macht's gut.